So, willkommen zurück bei Daikatana. Wir sind hier irgendwo in Alcatraz, einem katastrophal designten Gefängnislevel. Also da ist sogar das Level aus Half-Life 2 Nova Prospect deutlich besser. Erstens, das sieht doch fast der Secret aus, oder nicht? Dann laden wir einfach eine neue Map, das ist auch okay. Ja, da kommen wir wieder. Ich will erstmal wissen, was hier noch ist. Okay, da nichts. Dann können wir hier nach oben, dann können wir hier nach oben. Ein bisschen was von Half-Life 1 sieht auch ein bisschen danach aus. Gut, you found a secret. Thank you. Ist okay. Das heißt, jetzt können wir mit 400 Rüstung hier rüber und weiter ballern. So, wo ist die Ratte? Help, was? Ach du Schande. Okay. Irgendwer ist da noch weg. Da ist eine Ratte gewesen. Na komm. Gut, das heißt, wir können da runter. Hallo Ratte. Hallo Ratte. Alcatraz ist wohl nicht mehr so sicher hier. Ja, I picked up a lump of coal. Alles klar. Immerhin. Was ist hier los, Mann? Ah, da ist jede Menge Zeug. Einmal und... ... ... ... ... ... ... Und? Supi. Getötet von einer Ratte. So wird dieses Spiel aufhören. Noch mehr von den ganzen Knackis. Nichts kann man nach oben noch. Nö, es ist düster. Sonst nichts. Aber ja. Ein bisschen was. Wir kommen also irgendwann da raus. Ja. Hier, man kann denen auch nicht helfen. Irgendwas machen. Die Ratte hat doch jetzt irgendwas... Verarsch mich. Welche Waffe kann ich denn jetzt benutzen? Welche Sachen kann ich jetzt kaputt machen? Welche gehen nicht? Oh Mann. Ist hier was versteckt? Nö. Hi. Oh. 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 So, das. Und dann brauchen wir noch Munition, die auch irgendwo sicher versteckt ist. Lachs. Lachs. Und hier. Krass. Dann machen wir hier weiter. Da hinten ist was, das wir brauchen. Zum Beispiel Salpeter. Natürlich ist das hier. Jetzt haben sie schon die grafischen Finessen. Ähm. Alles realistisch darzustellen. Aber sie nutzen es halt einfach nicht. Okay. Okay. So weit, so gut. Ich will... Da kann man nicht rein, oder? Ne. Da muss man irgendwie rauf können, oder? Passt. Okay. Da ist eine Suit, die wir brauchen. So viel dazu. Wie kommen wir hier weiter? Na, das ist nicht so schlimm. Oh. Nein. Hm. Das Ding wirkt. Das nervt. Also, hier haben wir das Salpeter gefunden, im düsteren Kämmerchen. Das war's dann aber auch. Und dann müssen wir irgendwie hier weiter, jo. Mach ich das? Ich klettere hier hoch. Nächste Sache ist vermutlich von hier... ...mir die Knöchel zu brechen. Das geht natürlich nicht. Okay. Dann gehen wir hier irgendwo drauf. Haben wir irgendwo was? Das funktioniert doch ohne Agro und Leicht. So. Okay. So. Ein bisschen Arbeit. Oh Gott. Welche Schweine sind denn hier? Da ist was, oder? Dahinter? Das geht bis hier hin. Aha. Unauffällig. Rüber da schießen. Na? Willst du nicht? Oh. Wir können das auch so machen. Ne? Okay. Unkaputtbar. Tschüss. Warum kann ich das Ding nicht... Aha. Das ist natürlich unkaputtbar, weil sonst können wir hier nicht hoch. So. Haben wir das nächste. Das glaubt dir kein Mensch. Und natürlich geht das nicht mehr, weil wir das auch zum Springen brauchen. Ihr wartet schon auf mich, ne? Ja, ich warte auch auf euch. Hallo. Was für eine Power Fantasy. Okay, you created an Explosive. Das freut mich. Wo heißt das jetzt? Ich kann da... Ja, ich weiß. Das ist unnötig. Aber trotzdem. Schupp. Kann ich jetzt dann hier drauf springen. Und mir was abholen. Ich sehe nämlich, dass da noch was ist. Und das gilt wieder nicht als Secret. Weißt du, wenn ein bisschen Hirn mit... Naja. Dabei sein soll. Gut. Hier kann man speichern. Sicherheitshalber. Und Schappen. Schappdiwupp. Hallo. Und das Ganze jetzt wieder zurück. Nur außen. Hätte hier runterspringen können. Schappdiwupp. Schappdiwupp. Wir können das noch lange durchziehen. Wir müssen ja irgendwie wieder runter. Hopp. Die nächsten zwei. So. Ein Virus-Suit. Warum auch immer. Das war offensichtlich ein richtiger Level. Ende. Okay. So. Erstmal so. Natürlich. Ich glaube, das behalten wir... Ach komm, die Minute machen wir das noch. Zack. Wo kommt's hin? Ich hab jetzt mal eins gedrückt. Was passiert? Drei. Drei. Zwei. Zwei geht nicht. Okay. Dich hab ich gedrückt. Da hinten geht's weiter. Das geht nicht lange, oder wie? Und vier. Ja, hab ich gedrückt. Ich hab jetzt alle gedrückt. Und komm nicht mehr weiter. Okay. Doch. Es dauert nur einfach. Ach so. Dann muss ich jetzt wahrscheinlich tauchen und die Treppe hier benutzen. Dann sind wir hier durch. Ja. Okay. Das schauen wir uns im nächsten Video. Bis dann, Leute. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann.